So sieht's aus. Der Hans ist der Nächste. Ey, Startsignal brauche ich schon an. Und ab. Eins, zwei, komm. Jawohl. Und weiter, komm. Drei, super, 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 komm. Umdrehen. Jawohl. Vier, jawohl. Was ein geiler Arsch. Was für ein Rückenstrecker, also sensationell. Vier, was hat er? Fünf, gell? Weiter. Und der Sechste. Jawohl, und weiter. Das Auto kannst du ruhig wegmachen. Noch 25, die können er. Komm, sieben. Komm, und die Acht. Jawohl, komm. Noch 15. Komm, das geht, komm, das geht. Die Neun, komm, weiter. Noch 10, noch 10. Neun, komm. Komm, was ist da? Neun, 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 neun. Und nach zehn Stück. Gut. Scheiße. Warte mal. So, jetzt ist der Marcel. Kannst du auch festgeschrocken. Das ist ein Kilo, wie wir. Hätten die eine Frau mitmachen, sehe ich gerade. Juhu. Starts in die Hand. So, auf die Plätze. Und fertig. Jawohl, die erste. Und zwei. Super. Drei. Jawohl. Ich will, mich ein bisschen enger hinzustellen. Komm. Noch 40. Komm. Vier. Komm, vier, 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 vier. Jawohl. Super. Komm. 30. Vier. Vier. Fünf. Komm, schneller. Komm, in den Rhythmus rein. Und der Sechste. 20. Sieht das eigentlich auch, wenn man den so weit kommt? Sieben. 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 Zehn. Sieben. Jetzt komm. Vier, vier, zwei, vorbei. So. So. Tim. Auf geht's. Komm. Auf die Plätze. Fertig. Alles. Jawohl. Komm, komm, komm. Jawohl. Eins. Komm, komm, jawohl, komm. Pass auf, die Knie auf, komm. Schieb die Beine drunter. Komm, komm, komm. Komm. Jawohl. Komm, 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 komm. Jawohl. Los. Komm, pass auf. Jawohl. Und das war der Zweite. Super. Was, weiter, komm. 30 Sekunden. 2. Jawohl. Komm. Gib mal einer mit zu den anderen, die wir schon mitgemacht haben. Sollte sich mit dem Zeitraum getrunken. Tim. Nee. Na komm. Toll, das geht. Marcel. Richard. Gebt mal mit. Aufpassen ein bisschen, ne. Ahm. In der Drücke. Komm. Komm, komm. Komm, das geht. Komm. Komm. Was ist das hier? Will ich da hinten oder mitmachen? Ach komm. Nichts mehr. So, Michael. Michael, was ist das Rufchen, ne? Nee. Nee. Ha, 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 ha. Oh, der hat nichts. Dann fängt einfach so schief an. Komm, ist ja egal. Auf die Plätze. Kertig. Los. Ja, auf, auf. Jawohl. Eins. Super. Komm. Zwei. Kalt. Komm, der Dritte. Komm. Drei. Und auf die andere Seite. Jawohl. Vier. Komm. Komm, die Zehn schaffst du. Die Zehn schaffst du. Und der Fünfte. Fünf. Der schaffst du. Der schaffst du. Fünf. 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 Und weiter. Komm, das war der. Fünf. Zwei. Nächste. Nächste. Der siebte. Sie. 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 Sieben. Komm. Jawohl. Fünfzehn. Sieben. Komm. Und der Achte. Und der Achte. Komm. Noch einer. Noch vier Sekunden. Noch zehn. Komm, komm, komm. Komm, noch einer. Weiter, 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 weiter. Fünf, vier, drei, zwei. Und vorbei. So, David. Wo ist der David? David Hartmann, bitte zum Start. David Hartmann, bitte. Na, guck. Nee, nee. Du bist dran, du bist dran. War nur Spaß. Oh, nee. Du bist dran. Welches ist denn mein? Das denn? Das hast du, ja. Ich hab schon lebt. So, auf die Plätze. Fertig. Oh, lass. Eins. Zwei. Super. Und drei. Und weiter. Vier. Super. Komm. Beppenrhythmus. Vier. Fünf. Komm. Los. Weiter. Jawohl. Komm, das geht. Komm. Doch, teils dich. Das ist immer der Gewichtheber. Komm. Komm. Schieb den Arsch drunter. Komm, pass auf. Komm, jawohl. Komm, komm, komm. Jawohl. Super. Komm, noch einer. Noch 15. Komm, komm. Komm, das war der Sechste. Komm, noch einer. Komm. Komm, weiter, 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 weiter. Jawohl. Komm, komm, komm. Und der Siebte. Und weiter. Komm. Noch fünf. Komm, noch einer. Komm, noch einer. Zwei. Eins. Weg. Komm, noch einmal fürs Ego. Jawohl. Sieben hast du in der Welt. So, jetzt kommt der kleine, dicke Oggi, Bruder. Was, der macht auch mit? Einer kleinen Oggi. Fah, fah. Schauen wir mal, was der kleine, dicke kann. Bruder, machst du mit? Ach, guck. Schade. Bernd, auch nicht. Schade, schade, schade. Halt voll Cheeseburger vorne dran. Dann geht's besser. Hörst du es nach Hause? Oh ja, die Beine gehen zu. Komm. Aus geht's, komm. Auf die Plätze. Fertig. Und. Und die erste. Eins, komm. Zwei. Du hast dich ja noch nie im Training angeschränkt. Ja, es geht um sechs. Komm, weiter, weiter. Komm. Drei. Komm, weiter. Komm, aus Hause weg. Es geht um Sauch und Fresse. Mach. Drei, komm. Fuhra. Jawohl. Jetzt schaffst du noch nicht heute. Ein Bruder, ich weiß. Fünf. Ja, ja, doch. Fünf, weiter, komm. Drei, sieg. Fünf, fünf. Und sechs, jawohl, komm jetzt. Komm, jetzt. Und der siebte, komm. Sieben. Sieben, komm. Noch 20. Sieben. Sieben, jawohl. Komm, jetzt. Komm, jetzt. Scheiß Mikro, komm jetzt. Komm, jetzt. Sieben, sieben. Noch acht, sieben, sechs. Sieben, 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 acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, weg. So, jetzt ist unser Doktor an der Reihe. Wo ist er, ne? Da ist er. Mein persönlicher Freund. Komm, kacken kannst du nachher. Der Beste. Auf geht's, komm. So. Auf die Plätze. Fertig. Ab. Eins. Zwei. Super, super. Fertig, komm. Weiter. Drei. Jawohl, das wird's. Das wird's. Und vier. Vier. Jawohl. Oh mein Gott. Schmeidig. Fünf. Was ein Arsch. Sechs. Jawohl. Jawohl, jetzt geht's los. Sieben, komm. Noch 30. Acht. Jawohl. Wer los hat, kommt rein. Neun. Komm, jetzt gib mal Gas, hier. Komm. Zehn. Noch 20. Noch 20. Noch 20. Zehn. Hopp, hopp, hopp. Ja. Elf. Noch 10. Komm, mach's noch rein. Acht. Sieben. Sechs. Super. Schönen. Drei, zwei, drei, zwei, drei. Zwei Stück. Ich hab einfach geschwackert. Hast du noch ein Video? Ja, das war's wieder fest. So, der Matthias. 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 Das hat gewackelt. Ich kann mir so einen schlechten Namen merken. So. Fertig. Erstmal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Eins. Zwei. Ab. Verheil dich mal, die Zeit läuft. Ja. Drei. Das schafft sogar den Riko. Vier. Noch 40. Fünf. Mach's auf den Boden. Sechs. Dreißig. Sieben. Jawohl. Drei. Zehn. Acht. Komm. Zwanzig. Acht. Neun. Zehn. Nach zwei, nach zwei, nach zwei. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, ein Stück. So, haben wir noch einen? Du bist dran. Ne, ich will das Ding ja loswerden. Ich hab's ja gekauft. Michael, komm. Komm. Bist du noch nie der Leistungsstütz rum. Komm, zeig mal, was du kannst. Jetzt komm. Kriegst du auch den alten Herrenbonus von zwei Wiederholungen. Hey, komm, Refe wechsel. Haben wir den 10 Stück Maastags gewonnen. Wo gehst du hin? Hose oder Hose? Hose, super. So, der alte Mann noch und dann haben wir's. Hose oder Hose oder Hose. Soll ich die Agrad wegkriegen? Alter, sind sofort. Das wird uns wieder ändern. Ja, ändert sich. Ich schmeiß alles. Und Andy ist jetzt mal schnell. Ich hab grad nicht stimmen. Die Dame, mach's nicht bereit. Nee. Mach's einfach. Hast du jetzt geguckt? So, jetzt geht's abbekannt. Schulfrei? Schulfrei? Stuhl. Stuhlfrei, ja. Hat der echt 18 gemacht? Nee. Arschloch. Wie hat der gemacht? 12. Ach, 12. Annett. Nee, der, der, der Hans 12. Hans mit dem Führer. So, Annett. Für die 6. Hast du das gewonnen. Das ist ein Frauenbonus. Also, Ira. Ja. 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 Jawohl. Komm, 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 komm. Alle kriegst du hin. Alle kriegst du hin. Alle kriegst du hin. Achso. Jawohl. Super. Die nächste Frau? Ja, Bianca. 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 Ja, komm, komm. Ja, Alter, geht noch. Alter, geht noch. Machst du mir wieder einen Freund? Ja, komm, jetzt kommt der. Komm, der will auch noch. Komm, komm, komm. Komm, der Dritte. Komm, komm, jetzt. Pass auf. Jawohl, komm. Komm. Jawohl. Wir haben auch mal Kraschen. Super. Super. So, bleibt denn der Schiff? Du siehst du. Du siehst. Wie ist er? So, dann fangen wir an. Hast du acht Stück hast gewonnen. Ja, auf der Packt hast du noch. Das ist wie ein Akkuschrauber. Olli, Zeit. Zeit. Olli, Zeit. Eins. Fünf drauf. Womit? Komm. Läuft. Zwei. Super, komm. Geh mit, Olli. Ah, nun den Dritten. Super. Jetzt hat mal einer, der hat keine Kraft. Ja, cool. Vier. Der ist schon über 50. Vier. Ja, super. Ja, super. Fünf. Jetzt wär's, ich werd immer weg raus. Ja. Sechs. Dreißig. Na, der Sechste. Super. Arm. Ach, Christian, du Arsch. Ach, ich gewöhnen. Sieben. Der muss schon richtig viel machen. Ja, komm. Acht. Los. Acht Stück. Super. Super. Noch zwei. Los. Eins, packst du. 50. Bleibt in der Familie. Los, komm, einer noch. Komm, noch einer. Komm, komm, komm. Zehn. Und fertig. So, Applaus für ihr. 50. Zehn Stück. Super. Mehr als ich. Mehr wie bei der Nachmutter. Das hat auch keine Ausdauer. Die schäme ich ein bisschen. Ey, Mensch, du mal in die Kamera. Scheiße, würde ich sagen. Mach du noch besser. Hier ist die Flasche. Ja, du bist die Flasche. So. Oh, merke ich. Hans, steck das in den Hintern. So, da kommt er her. Dicker Hans. Er kommt. Jetzt hat er wieder was. 14 Mixer im Labor. Kass, ich muss schon ein bisschen sauf in der Haut. Kass, du mal schön. Ich muss es aber auch auflegen. So ist es ja nicht. Der Hans meint. Noch ein Sekt will ich zu verkaufen. 50. Ich höre 60. Ja, 60. 70. 20. 80. 80. Wie schmuck gerade der Hans mit, der hätte in die Buchs geschissen. Kein Problem, ich warte noch zwei Tage. Statement, Hans. Hast du jetzt in die Buchs geschissen, oder nicht? Ein bisschen feucht fühlt sich das schon an. Möglich ist das. Vielleicht ist es aber auch eine stressbedingte Urininkontinenz. Ich musste vorhin so kacken. Oder ist es hin und rauskommt. Von diesen Riegeln. Ist es dir beim Reifen passiert, beim Heben? Nee, als sie erst angefangen hat, hatte ich schon Druck gehabt. Und da wollte ich kacken gehen. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, dann sagen die Leute, ich wäre ein Arsch. Oder ich hätte Schiss, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt hast du so, die braune Streifen spürst du. Ja, das wird man ja auf dem Video sehen. Womöglich. Nee, ich spüre so ein bisschen was. Immer wenn ich... Riech mal. Riech mal an der Hand jetzt. Rätsel. Nee, ist keine Scheiße. Was? Was denn? Ja, wo ist mein Geldbeutel, mein... Ach, doch, alles Verdammutti. Riech! Schön heiß. Riech! Wer ist was? Wir haben gewonnen, Hans. Wir haben gewonnen. Was denn? Alter, jeder hat irgendwo jeder gewonnen. Das hat verschiedene Koppelklappen. Welcher? Homo-Kress. Drei... Drei... Wie viel hat der gemacht? Drei C? Für die Kekse. Pfund. Der hat so viel, 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 der hat so viel. Vielen Dank.